Dieses Jahr bietet es sich wirklich an, mit Skitouren zu beginnen. Doch der Einstieg in diesen Sport ist relativ teuer, wenn man sich sämtliches Equipment zulegen möchte. Deshalb geht es im heutigen Bergsteigen-Grundlagenkurs um das Thema Skitouren-Equipment und wie man von Anfang an die richtige Ausrüstung für sich findet. Los geht's! Gleich zu Beginn möchte ich erklären, worauf dieser Grundlagenkurs jetzt hinaus will. Du sollst am Ende des Videos für dich entscheiden können, welches Set und welche Kombinationen in der Ausrüstung du dir zulegen willst. Ob du eher abfahrtsorientiert, allroundmäßig oder aufstiegsorientiert unterwegs sein willst. Und mit welchem preislichen Rahmen du rechnen solltest. Deshalb starten wir jetzt gleich hinein. Schauen wir uns zuerst die Auswahl beim Thema Ski an. Ohne jetzt die richtige Länge besprechen zu wollen, möchten wir vor allem über die sogenannte Mittelbreite sprechen. Das ist die Breite, die der Ski unter der Sohle, also inmitten der Bindung misst. In der Regel geben die meisten Hersteller die Mittelbreite schon im Namen des Modells an. Zum Beispiel Fischer Transalp 82 oder K2 Wayback 88 und so weiter. Die Zahl hinten steht also für die Mittelbreite. Nachdem aber nicht alle Hersteller mit dieser Angabe im Namen dienen, sollte man zur Sicherheit dennoch immer in der Beschreibung nachlesen. Nun hast du vielleicht schon eine ungefähre Vorstellung, wie es für dich bei Skitouren losgehen soll. Und das beeinflusst die Mittelbreite deiner Ski definitiv. Allgemein gilt, je schmäler der Ski, umso leichter ist er. Ein breiter Ski ist demnach schwerer, sofern der Aufbau und die Länge natürlich die gleiche sind. Dass es breite Ski gibt, hat dennoch einen guten Grund. Ein breiterer Ski bietet logischerweise auch mehr Auflagefläche. Ist man im tiefen, weichen Schnee unterwegs, ist die breitere Auflagefläche der Garant für einen besseren Auftrieb im Schnee. Der Auftrieb macht das Erlebnis erst wirklich brauchbar. Denn wer im Meter tiefen Schnee steckt, kommt schwer voran und tut sich auch in der Kontrolle deutlich schwerer. Klassischerweise unterteilt man Touren-Ski in Allrounder. Die liegen ungefähr so bei 83 bis 89 Millimeter Mittelbreite. Dann gibt es die aufstiegsorientierten Ski, die liegen abseits der 83 Millimeter. Und die abfahrtsorientierten Ski, die gibt es dann ab 90 Millimeter aufwärts. Jetzt bleibt nur die eine Frage. Wieso sind schmale Ski abgesehen vom Auftrieb noch ungeeignet für die Abfahrt? Naja, grundsätzlich sind die Ski allesamt um ein Vielfaches leichter als klassische Pistenski. Auf der Piste werden sie also allesamt deutlich unruhiger fahren und schneller flattern. Doch der schmale Ski hat nicht nur eine zierliche Silhouette, sondern ist eben nochmal deutlich leichter. Somit ist er auch abseits einer Piste unruhiger und bei schnellen Geschwindigkeiten bockiger. Warum der schwere, breite Ski nix für den Aufstieg ist, glaube ich, erklärt sich mit dem Gewicht ohnehin ausreichend. Doch nicht nur der Ski beeinflusst euer Skitour-Erlebnis. Auch der Schuh. Zum Schuh, wie er funktioniert und was welche Begriffe bedeuten, haben wir schon mal ein eigenständiges Video gemacht. Dieses findet ihr oben beim i. Grundsätzlich sollte ein aufstiegsorientierter Schuh eine hohe Gradzahl in Sachen Schaftrotation haben. Alles unter 60 Grad ist jedoch keine hohe Gradzahl. Natürlich versuchen Hersteller ihre Schuhe immer jedem Typen anzudrehen. Deswegen steht bei Freeride-Bombern mit 50 Grad Schaftrotation immer noch dabei für maximale Beweglichkeit. Aber solche Aussagen sind höchstens maximaler Bullshit. Wer wirklich schnell und sehr komfortabel den Weg nach oben will, der sollte zumindest 60 Grad oder im Idealfall sogar mehr im Auge behalten. Bei Flexwerten kann man im Aufstieg eher weniger einen Unterschied zwischen hart und weich feststellen. Wobei ich dazu sagen muss, ist man am Ende der Schaftrotation angekommen und steigt zum Beispiel mit einem ganz leicht geschlossenen Schuh auf, dann wird man bei hohen Flexwerten merken, dass da dann tatsächlich Schluss ist. Ein Schuh mit sehr niedrigen Flexwerten, also deutlich unter 100, gibt dann meist sogar noch mal nach, wenn man ordentlich dagegen drückt. Aber ehrlicherweise ist das nicht so praxisrelevant, denn gerade bei hohen Gradzeilen bei der Schaftrotation werden die Schritte dann schon so riesig, dass es eh nicht mehr wirklich Spaß macht. Beim Vorlagewinkel könnt ihr euch eigentlich auch ganz nach eurem Belieben entscheiden. Er beeinflusst die Abfahrt, aber nicht den Aufstieg. Was schon wieder viel interessanter ist, ist das Gewicht. Denn wer schnell und leicht oben sein will, sollte sich keine Ziegelsteine zulegen. Deshalb sollten die Schuhe für das aufstiegsorientierte Skitouren gehen im Bereich von 2 bis 2,5 Kilogramm liegen. Für Allrounder von 2,5 bis 3 Kilogramm und für die Freerider unter euch ist das Gewicht der Schuhe im Prinzip wurscht. Aufstiegsorientierte Schuhe zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit wenig Schnallen oder sogar Boa-Systemen auskommen und auf ein weiches Obermaterial setzen. Viele Schnallen und viel Hartplastik sind meist ein Zeichen dafür, dass es viel Gewicht im Spiel ist. Aber wie gesagt, für weitere Details zum Tourenschischu das Video. Nun zum Thema Bindung. Hier gilt auch wieder leicht oder schwer. Schwerer Bindungen haben viel Schnickschnack verbaut. So sieht das zumindest der Ultralight Tourengeher. Die Abfahrer unter euch werden mit dem Schnickschnack nämlich durchaus ihre Freude haben. Der größte Unterschied liegt eigentlich bei Pinbindung oder Rahmenbindung. Reine Abfahrer und Freerider sollten sich aufgrund der besseren Z-Werte und der individuellen Einstellung eher die Rahmenbindungen anschauen. Aufstiegsorientierte Geher eher die Pinbindungen. Pinbindungen haben nämlich den Vorteil, dass sie deutlich leichter sind und man etwas näher direkt am Ski steht. Bis auf wenige Ausnahmen kann man bei Pinbindungen jedoch die Sicherheitsauslösung nicht selbst einstellen. Für viele zügige Schwergewichter kann das ein dickes Argument gegen eine Pinbindung sein. Zumindest die Low-Tech-Bindungen. Aber bevor wir zu tief in die Wissenschaft von Skibindungen einsteigen, möchte ich nochmal ein anderes Thema diesbezüglich ansprechen. Überlegt euch, ob ihr mit den Skiern ausschließlich im tiefen Schnee unterwegs sein wollt oder vielleicht doch auch einmal die Piste abfahren wollt. Falls Tourengeher unter euch sind, die auch mal auf der Piste unterwegs sein wollen, sind Skistopper absolut unerlässlich und somit fallen Ultralight-Bindungen, wie zum Beispiel manche von Dynafit gleich mal aus dem Programm. Wenn da die Bindung auf der gut präparierten Piste aufmacht, dann ist der Ski bei einem steilen Hang definitiv futsch. Übrigens, immer wieder wird auch der Fangriemen angepriesen. Aus sicherheitstechnischer Sicht möchte ich euch entgegen vieler anderer Leute vom Fangriemen abraten. Der Fangriemen verbindet über eine dicke Schnur den Ski mit eurem Bein, vereinfacht ausgedrückt. So haut er euch nicht ab, wenn ihr stürzt, aber der Ski macht, nachdem die Bindung ausgelöst hat, was er will. Und man hat bei einem ordentlichen Sturz keine Kontrolle. Das bedeutet, dass einem der Ski ab und an auch mit Vollgas ins Gesicht schlagen kann oder auch die Kante zu einer echten Gefahr wird. Überlegt euch die Geschichte mit dem Fangriemen also gut. Natürlich haben sie auch ihre Vorteile, aber man sollte sich über den Sicherheitsaspekt zumindest im Klaren sein. Bevor jetzt kleine Beispielsätze für euch zusammengestellt werden, müssen wir euch unbedingt noch bitten, den Kanal zu abonnieren, wenn euch unsere Inhalte gefallen oder helfen können. Wir wollen euch mehrmals wöchentlich Unterhaltung, Information und Sicherheit kostenlos liefern und ihr wisst durch ein Abo immer Bescheid, wann es neue Inhalte gibt. Aber jetzt weiter zu unserer Zusammenfassung. Möchtest du möglichst leicht und schnell Skitouren bewältigen und legt der Fokus auf viel Komfort im Aufstieg bzw. ist dir die Abfahrt nicht so wichtig, dann wähle am besten einen Ski im unteren 80mm Mittelbereich, Mittelbreitenbereich oder vielleicht sogar noch schneller, wenn du am absoluten Minimum unterwegs sein willst. Ein Beispiel wäre hier der Scott Speedguide 80. Dein Schuh sollte flexibel und leicht sein, nicht zu steif und möglichst weich. Du nimmst die fehlende Stabilität in der Abfahrt gerne in Kauf, wenn du dafür dann im Aufstieg schnell und wie von selbst auflaufen kannst. Hier wäre der Atomic Backland Pro ein tolles Beispiel für einen aufstiegsorientierten Schuh. Wichtig ist, dass du das Skifahren richtig gut drauf hast, damit du mit weichen Schuhen auch noch eine Freude bei der Abfahrt haben kannst. Die Bindung sollte leicht sein, aber da du manchmal auch die Piste besuchst, sollte ein Skistopper zumindest dabei sein. Eine mögliche Bindung wäre in dem Fall die ST Radical 92 von Dynafit. Willst du ein Allrounder werden und die goldene Mitte suchen, dann solltest du dir Schuhe in der Mittelbreite um die 88mm ansehen. Die geben bis zu einem gewissen Maß stabilen Auftrieb und trotzdem die nötige Leichtigkeit. Von allem ein bisschen was eben. Als Beispiel käme hier der besonders günstige K2 Wayback 88 in Frage oder zum Beispiel auch der Salomon Mountain Explore 88. Der Schuh sollte irgendwo zwischen weich und stabil liegen. Schaftrotation im Bereich 60 Grad ist ein guter Ansatz. Der Flexwert kann aber ruhig auch über die 100 drüber schauen. So bleibst du beweglich und trotzdem auch für schnellere Abfahrten stabil. Das Gewicht kann im Bereich 3 Kilogramm liegen, viele drüber sollte es vielleicht nicht gehen, drunter wäre besser. Bohr-Systeme sind im Allgemeinen eher nicht deine Liga, höchstens in Kombination mit Schnallen. Die Bindung kann ebenfalls eine Dynafit Radical sein oder du schaust dich eben auch im Bereich der Rahmenbindung an bei Fritschi und Co. um. Willst du ein Abfahrer und ein Freeride-König werden, sollen nur die steilsten Rinnen der Welt steil genug sein und nur der tiefste Powder tief genug. Dann darf dein Ski breit sein. Richtig breit. Unter 100 Millimeter ist kaum was für dich dabei. Möchte man es etwas gemäßigter angehen, kann man sich noch 95 Millimeter Mittelbreite anschauen wie den Blizzard Zero G95 oder man geht gleich in die Vollen und schaut sich im Bereich 110 bis 120 Millimeter um. Aber gleich vorweg, Aufstieg ist bei diesen Dingern keine komfortable Tour mehr, sondern mehr Mittel zum Zweck. Aber egal, denn darum geht es dir eigentlich gar nicht. Du willst eine geile Abfahrt. So kannst du dir auch einen Black Diamond Helio 115 oder einen Völkel BMT 109 ansehen. Du solltest aber definitiv wissen, was du tust. Betreffend der Schuhe ist dir die Schaftrotation eher egal. Hauptsache steif und sicher. Flexwerte über 100 sollten unverhandelbar sein. Hier wäre der Atomic Hawks Ultra XTD 130 ein Beispiel für einen Freeride-Schuh. Bei der Bindung könntest du dir zwar vereinzelt Pin-Bindungen ansehen, aber eher würde ich in Richtung Rahmenbindungen schauen, damit du langfristig keine Kompromisse machen musst und dir eine sichere, steile Abfahrt immer garantiert ist, egal wie viel Druck auf den Ski kommt. So, natürlich haben wir die einzelnen Komponenten nicht im Detail erklärt. Das Video ist so schon viel zu lang, insofern braucht das Platz für ein eigenes Video. Bindungen und Ski im Detail erklären wir in eigenen Grundlangkursbeiträgen, die bei dann mal kommen werden. Die Schuhe haben wir bereits in einem anderen Video erklärt. Dass wir jetzt nicht jedes Detail und jede Kleinigkeit besprochen haben und vieles vereinfacht wurde, ist uns übrigens vollkommen bewusst. Ich weiß auch, dass es unter den Skiturngähren und Freeridern viele Experten gibt, die gerne im Kreis hüpfen, wenn man nicht jedes Detail stundenlang ausgeführt hat. Wenn euch der heutige Grundlernkurs gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer, dass ihr den Kanal abonniert. Ihr helft uns damit wirklich, wirklich sehr. Kauft auch gerne über unsere Amazon-Links in der Videobeschreibung ein. Damit unterstützt ihr uns völlig kostenlos. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch. Vielen Dank.